In Kassel trugen die besten Amateurtanzpaare aus allen Teilen der Bundesrepublik ihre deutsche Meisterschaft aus. 2000 Zuschauer begeisterten sich an dem Gleichklang der Menschen und der Melodien. Es war ein zauberhaftes Fest der Harmonie und der Eleganz. Fräulein Kämmerer und Herr Hegemann aus Bremen tanzten sich mit einem charmanten und schwungvollen Fox in die Herzen des Publikums hinein. Musik Applaus Und mit diesem vollendeten Walzer holte sich das Ehepaar Teipel aus Wiesbaden seine achte deutsche Meisterschaft. Musik Musik Applaus Applaus